und damit willkommen zurück zu einer neuen folge super mario prässe wissen und die hexen und nur noch auf basis fest und ist hier noch ein bisschen ich box gar nicht davon ist ein fisch hallo fisch nein falsche taste was ich eigentlich mit dem machen möchte ist nach der hinten fliegen schweben da ist eine schleuder schon was fangen können nein ok weiter lucky der bobo ein paar münchen mitnehmen zack und hier noch einen Mond einsnicken über dem Giftsupf oh da ist auch noch ein Mond versteckt gewesen runter mit dem hübschen Bild hier ist ja bestimmt auch noch was oder? nicht das war jetzt ja auch genug dann können wir hier quasi wieder runter sprinten zack angekommen denn oh mama dann muss ich wieder oh oh jetzt oh 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 moin moin ja dann müssen wir wieder zur odyssey ey 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 moment mal wir haben hier einen und da oben einen wo geht der hin? da runter und wo geht der da oben hin? ja nein nein kletter 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 so pack der nicht da muss ja doch irgendwo noch so ein Schnabelviech rumrennen hallo schnabelgetier da hier sind wir nicht hoch da drüben ist er hübsch doch du hübsch doch du zack zack und los wo geht das denn hin? aha extra 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 so so hier müssen wir anscheinend die jungs hier ja ne du sollst schon hier äh mich treffen ui mhm hübsch hübsch mh hübsch das kommt da raus ja hübsch wie gesagt ja wenn da nichts rauskommt ne Dann kotze ich ihn strahlen. Tuck, tuck, tuck. Nummer 1 kaputt. Die Nummer 2. Bam. Ich muss das Zeug hier kaputt machen, man. Mach's doch kaputt. Oh oh. Ich will eigentlich nur... Das ist ein Backflip. Nein! Mama, lass es! Okay, die sind nicht nötig zu zerstören. Egal. Dann mach ich die drei Jungen. Okay. Ich bin da natürlich keine Fangio, ne? Natürlich nicht. Wozu? Oh! Leben verloren! Manchmal ist es schon ganz schön ätzend, so. Das Spiel. Hallo! Ich schieße mich da rüber. Ich schieße mich da rüber. Ich schieße mich da rüber. Oh, ich schieße mich. Nee, Mann! Doch, doch, doch. Tuck, doch. Nummer 2 kaputt. 3 auch zerstört wo ist mein mund jetzt da unten ist schaltet die treppen krause aus das habe ich aber vorher noch was aber tolle die sehen was ich auch noch nicht verspringen doch nicht 1 2 was ist das denn das ist eine leitung die kommt von da drinnen für die leitung darüber ja noch irgendwo lila münzen ich habe es doch richtig gesehen hier speichervorgang dafür ist das ja ja mond hinter gittern gefunden münzen mitgenommen was ist da oben muss da auch noch was sein das wäre das teil doch da nicht komme ich so nicht ran vergessen wird es das ist nichts was ich jetzt brauche ich habe mir gerade so auf das was wir noch mal hier nutzen geht es hier da mal hoch tüte 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 hat hier liegen die münzen 50 stück habe ich noch ja gut dann lassen wir es dabei und reisen das nächste mal zurück mit der odyssey dann haben wir es nämlich auch schon 11 minuten 12 minuten wieder dann bedanke ich mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat das gerne einen daumen da wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschau 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 tschau